Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Leute, heute haben wir mal wieder was echt cooles entdeckt. Und zwar ist das das Dinosaur Dick Kit. Damit werden wir zum Archäologen und graben Dinosaurier aus. Ich hoffe nicht so einen gefährlichen, doch ich glaube schon. Discover with Dr. Cool. So ein ähnliches Set hatten wir ja schon mal. Da hatten wir das Golden Nugget Dick Kit. Da haben wir Gold ausgegraben, goldene Nuggets. Und heute, da müssen wir keine goldenen Dinosaurier, sondern einen normalen Dinosaurier ausgraben. Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Und das Spielzeug oder das Dick Kit hier ist von Astra. Und das ist hier unser Dr. Cool. Und hier, das ist vielleicht der Sohn von Dr. Cool. Wow, schaut euch das mal an. Da ist ein Dino-Kopf. Also wenn hier jetzt ein Dino-Kopf drin ist, dann flippe ich aber aus. Digging Block, okay. Adventure Guides. Also es gibt auch wieder so ein Abenteuerbüchlein. Und dann natürlich Ausgrab, Werkzeug und Three Respecimens. Okay. Wir sind auf einer Mission. Auf einer Mission. Dinosaurier ausgraben. Ah, es hat sechs Jahre geeignet. Sehe ich jetzt hier. Und Leute, falls ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, macht das natürlich. Und eventuell auch Facebook und Instagram abchecken. Entweder unseren offiziellen Account, spielen wir Kinderspielzeug. Oder auch meinen bei Instagram, kan-xy. So, und jetzt wird es aber Zeit, dass die Kids... Wow, das ist ja cool. Schaut euch das mal an. Wow, ein Dino-Kopf. Und was gibt es hier zu finden? Dinosaurier-Zahn. Okay. Ein Dinosaurier-Knochen. Und Dino-Poop. Dino-Poop. Wir können hier Dino-Kacke ausgraben. Äh, das... Dino... Dino-Poop. Dino-Kot. Ja, Dino-Kacke können wir hier ausgraben. Oh, Mann. Wer kommt denn auf die Idee? Aber eine echt witzige Idee, muss ich sagen. Wir sehen auch hier wieder unser Werkzeug. Pinsel, Meißel. Wir brauchen natürlich auch einen Hammer. Und eine Lupe ist auch dabei. Wie schon bei dem Golden Nugget Kit. Und wir werden das jetzt mal am besten aufmachen. Ziehen das hier raus. Und schaut euch das mal an. Und hier haben wir wieder einen coolen Hintergrund. Mit unserem Dino. Schaut euch das mal an. Echt cool, oder? Den Dino werden wir jetzt ausgraben. Ja, heute noch nicht. Heute machen wir das Unboxing, Leute. Aber das ist schon spannend genug. Und bevor wir jetzt auf unseren Dino hier eingehen. Hier ein Activity-Booklet. Wo wir auch kleine Spielchen spielen können. Wir können hier ein Cosmosaurus nachzeichnen. Oder nachmalen. Oder ausmalen. Hier Rätsel. Also diese Sets von Dr. Cool sind immer echt cool, muss ich sagen. Zoom mal ein bisschen raus. Und jetzt können wir uns mal unserem Dino widmen. Nach geschlagenen drei Minuten etwa. Endlich, werdet ihr jetzt sagen. Und schaut euch das mal an. Wow! Das ist ja echt mega cool. Faszinierend. Und den müssen wir ja ausgraben. Ja, das ist hart. Wahrscheinlich Gips. Und da müssen wir was ausgraben. Dann holen wir den auch mal hier aus der Folie. Und wow! Die Oberfläche echt cool gemacht. Mit scharfen Dino-Szähnen. Sehr, sehr cool. Also Leute, so ein tolles Dino-Dick-Kit habe ich jetzt nicht erwartet. Ein echter Dino-Kopf. Nein, natürlich kein echter. Dann haben wir hier einen Pinsel, der uns beim Auskramen hilft. Wenn wir den denn hier rausbekommen würden. Brauchen wir einen Meißelhammer. Haben wir auch da, aber nicht in diesem Set. Und dann haben wir hier selbstverständlich noch eine Lupe. Die packen wir jetzt auch mal aus. Hier. Und da können wir alles hier genau sehen. Hallo, ich sehe euch. Hallo! Echt cool, oder? Was sagt ihr, Leute? Schreibt es doch in die Kommentare. In dem nächsten Video von diesem Set werden wir natürlich... Ja, es ist ein bisschen komisch. Denn wir müssen ein Dino ausgraben. Aber wir haben doch hier einen Dino-Kopf. Aber hier drin haben wir jetzt, wie gesagt, ja, ein Dino-Zahn, ein Dino-Knochen und Dino-Kacke. Ja, sehr gut. Wer hätte das erwartet, Leute? Leute, wenn es euch gefällt, schreibt es in die Kommentare. Und lasst auch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn es euch gar nicht gefällt, wenn ihr sagt, nee, den Dino-Sahn mag ich nicht und auch dieses Set nicht, dann auch gerne einen Daumen nach oben. Daumen nach unten, kein Problem. Aber lasst doch ein Abo da, Leute. Und Facebook und Instagram nicht vergessen. Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei der Ausgrabung von diesem Set. Und ich werde wieder zum Archäologen. Selbstverständlich. Leute, ciao! Äh! 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 Äh!